Also der Ausgangspunkt ist natürlich, wenn man über Weltordnung spricht und die Verschiebung in der Weltordnung, sind die USA, sie sind nach wie vor der globale Hegemon und die größte Militärmacht, kulturell dominant, hegemonial mit den Doppel-H's, also von Harvard bis Hollywood, militärisch dominant, politisch dominieren sie die großen Institutionen, finanziell haben sie immer noch die Weltwährung mit dem, die globale Weltwährung mit dem US-Dollar und die Wall Street als den wichtigsten Hafen für globale Überschusskapitalien. Von daher ist der Ausgangspunkt die USA und trotzdem hat sich natürlich die Macht der USA abgeschwächt im Laufe des letzten Jahrzehnts insbesondere und die Rolle der USA verändert sich, sie müssen über andere Strategien nachdenken, wie sie sozusagen gerade mit dem Aufstieg China, den Stephen erwähnt hat, umgehen, weil das die große Herausforderung ist für die USA, diese Herausforderung ist historisch, die USA haben nach 1945 mit Deutschland, Japan und Korea militärisch besiegte Länder in ihr Empire integriert, das waren also militärisch besetzte Länder, sie hatten ihre Souveränität verloren und die USA waren auf dem Höhepunkt ihrer Macht, mittlerweile hat sich das umgekehrt, China ist sozusagen im Aufstieg begriffen, ist die Werkstätte der Welt, China hat viermal so viele Einwohner wie die Vereinigten Staaten und es ist etwas sozusagen, wofür es keine historischen Präzedenzfälle gibt und deswegen der Beginn mit der USA und der Frage, wie die USA ihre Hegemonialstrategien nach, im Übergang von Obama zu Trump verändert haben. Es ist so, dass man glaube ich den Aufstieg von Trump in den Dreiklang bringen kann, also das, es ist ja eine Tatsache, dass das, was vorher sozusagen Friktionen am Rand des politischen Spektrums war, waren im Rahmen von Repräsentationskrisen, der Aufstieg halt von rechtspopulistischen Kräften, ich würde eher von rechtsautoritären Nationalismen sprechen, weil sozusagen das die Verbindung zur Globalisierung auch und auch der sozusagen dem Umgang dieser Kräfte mit der Globalisierung besser trifft, dass sie sozusagen als Friktionen entstanden sind und dass Trump, der Brexit aber auch dazu genommen, auch die Hofer-Wahl in Österreich sozusagen plötzlich einen Moment markiert, in dem die extreme Rechte in der Lage ist, an die Schalthebel der politischen Macht zu kommen und sozusagen das ist passiert, vor allem auch in den USA, gegen eigentlich den Willen der dominanten Fraktionen im US-Machtblock, die hatten auf Hillary Clinton gesetzt, die ökonomischen, politischen und medialen Eliten, gerade auch im außenpolitischen Bereich, ich erinnere daran, dass Trump zwei Wochen bevor er gewählt wurde, dass über 50, ich glaube 52 Außenpolitik-Experten der USA sich zu Wort meldeten in einem offenen Brief, in dem sie Trump als Gefahr für die nationale Sicherheit der USA beschrieben, also sozusagen er war nicht gewollt und hat es trotzdem geschafft, diese Wahl zu gewinnen und das ist sozusagen der zweite Teil, der dritte Teil ist aber eben, dass Trump in weiten Teilen eingehegt worden ist und das will ich hier näher ausführen und die Konsequenzen daraus skizzieren. Also Trump hat sein Triumph, ist zurückzuführen, ja, auf seine Kritik an der imperialen Kriegspolitik der USA seit dem Krieg gegen den Terror, er hat die Position letzten Endes immer wieder vertreten, wir haben 4,79 Billionen US-Dollar für diesen Krieg gegen den Terror ausgegeben, am Anfang haben wir es mit einem Netzwerk von etwa 100, ein paar hunderten Al-Qaida-Terroristen zu tun gehabt, jetzt haben wir es zu tun mit einem oder zu dem Zeitpunkt mit 30.000 IS-Kämpfern und Sympathisanten des IS in die Hunderttausende gehen weltweit und das Geld hätte man noch besser in die Infrastruktur investieren können, das hat eben die Wahlen vor allem im Mittleren Westen gewonnen, zusammengenommen mit seiner Kritik auch eben am Freihandel, der im Mittleren Westen, die als bevölkerungsreiche Staaten ja auch wahlentscheidend waren, sozusagen ihn über die Wahlstimmen, Wahlmännerstimmenhürde gebracht hat und ihm dann eben diesen Erfolg gesichert hat, obwohl er nicht mal die Mehrheit der Stimmen ja bekommen hat. Er hat dann aber in der Realpolitik eine 180-Grad-Kehrtwende vollzogen, in der Außenpolitik ist es ja sehr offensichtlich geworden mit Syrien, aber auch mit Nordkorea, er hatte im Wahlkampf gesagt, dass er sich nicht in einen Konflikt mit Nordkorea ziehen lassen wollen würde und besonders bemerkenswert aber eben ist glaube ich diese Kehrtwende im Rahmen seiner Kabinettsbildung, Trump hatte in seiner letzten Rede im Wahlkampf, also am Wahlabend gesagt, dass dies der Tag der Rache der amerikanischen Arbeiterklasse sei, sie würde endlich zurückschlagen, hat er im Wahlkampf die Wall Street kritisiert, die Goldman Sachs insbesondere, also die zweitgrößte Investmentbank der Welt nach JP Morgan, hätte die amerikanische Arbeiterklasse ausgeraubt und im Zuge der Kabinettsbildung sah das dann so aus, dass wir, Sie kennen wahrscheinlich alle das Zitat von Abraham Lincoln aus der Gettysburg Address, wo er sein Demokratieverständnis niedergelegt hat, also dass es in den USA eine Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk gebe. Trumps Kabinett kann man im Prinzip damit beschreiben, als Regierung des Kapitals, durch das Kapital und für das Kapital. Stephen hat es ja eben beschrieben, also dass wir es mit einer direkten Herrschaft zu tun haben, also dass es sozusagen die direkte Macht des Kapitals nicht über Lobbying passiert, sondern tatsächlich über die Kontrollübernahme, Regierungsübernahme durch Billionäre, Milliardäre, Billionärs, Milliardäre muss man immer irgendwie zusammenbekommen. Man kann das festmachen, also wenn man die einzelnen Ministerien anguckt, also das Wall Street, das sind drei Gruppen, die diese Regierung sozusagen dominieren, das erste ist das Wall Street Finanzkapital, der zweitmächtigste Mann noch, Lloyd Blankfein von Goldman Sachs, ist mittlerweile der oberste Wirtschaftsberater, der Finanzminister ist Mr. Forclosure, also Mr. der Zwangsversteigerung, ein Gründer eines Hedgefonds, auch ein Multimilliardär und auch das Handelsministerium ist einer der reichsten Milliardäre in den USA. Es ist das fossile Energiekapital, das die Ministerien Außenenergie und Umwelt kontrolliert. Rick Perry beispielsweise, der Energieminister ist zugleich im Vorstand des Konzerns, der die Keystone XL Pipeline und auch die Dakota Access Pipeline bauen lässt, die Trump gegen den Widerstand von Indigenen durchgesetzt hat. Und es ist eben auch der militärisch-industrielle Komplex im Sinne von sowohl dem alten Außenpolitik-Establishment, Mattis, McMaster, also die verantwortlich sind für den Krieg gegen den Terror und die hunderttausenden Ziviltoten im Nahen Osten seit 2002 und eben aber auch die Rüstungsindustrie, die vor allem die Ministerien, Verteidigung, Heimatschutz und den nationalen Sicherheitsberater stellen. Das heißt also in der marxistischen Diskussion gibt es ja den Begriff der relativen Autonomie des Staates, also dass der Staat sozusagen unabhängig ist und es nicht der direkten Herrschaft des Kapitals bedarf. Faktisch aber was wir sehen ist eigentlich eine relative Heteronomie des Staates beziehungsweise relative Heteronomie des Kapitals im Staat. Die Trumpsche Politik, Rainer hatte das ja eben gesagt, dass Käser von Siemens Trump sozusagen beglückwunscht hat. Es gab auch die Beglückwunschung von Klaus Schwab, dem Präsidenten des World Economic Forum in Davos für diese Steuerreform und Merkel hat gesagt, dass sie und Macron zusammen eben auch eine Reform der Unternehmenssteuern in Europa planen, also in Deutschland-Frankreich koordiniert. Tatsächlich ist diese Steuerreform das, wofür Trump plötzlich beglückwunscht wurde, als er hätte liefern müssen, so war ja irgendwie unisono so die Rede hier und jetzt hätte er seinen ersten parlamentarischen Erfolg. Die Unternehmenssteuer wurde jetzt eben Ende Dezember von 35% auf 21% gesenkt. Zum Vergleich unter Franklin Delano Roosevelt lag sie bei 39%, später dann bei 50% im goldenen Zeitalter des Kapitalismus Ende der 50er Jahre. Der Spitzensteuersatz wurde von 39,6% auf 34% gesenkt. FDR, Franklin Delano Roosevelt, hatte einen Spitzensteuersatz von 94%, also mit dem die ganzen großen globalen Vermögen, die sich auch jetzt wieder angehäuft haben, abgeschöpft wurden und reinvestiert wurden in die Entwicklung der Infrastruktur und zur Infrastruktur kommen wir gleich auch noch bei Trump. Die Kosten dieser Steuersenkung wurden beziffert mit 1,5 bis 7 Billionen US-Dollar und die Regierung hat es mit einem einseitigen Papier die Position vertreten, dass das aber selbstfinanzierend sei. Also das war die Begründung, also auf einer Seite Papier. Tatsächlich hat die Regierung eine ziemlich klare Ansicht, wer diese Steuersenkung bezahlen sollen. Es gab 66 Sozialprogramme, wurden gestrichen von insgesamt 80 der Regierung und insgesamt sollen 2018 26,7 Milliarden US-Dollar eingespart werden von Kitas über sozialen Wohnungsbau über die Gesundheitsfürsorge für die Armen bis zur Rentenversicherung und bis 2027 will die Regierung, Trump glaubt, dass er so lange im Amt ist, 3,7 Billionen US-Dollar in den sozialen Sicherungssystemen einsparen, die zu zwei Drittel die unteren Einkommensklassen treffen nach verschiedensten Analysen. Gleichzeitig, was die Trump-Regierung macht, das sollte man gerade, Stephen Gill hat den disziplinierenden Neoliberalismus genannt, also wie die Vertiefung der Marktprinzipien funktioniert, funktioniert es in den USA mit der Steuerreform über einen marktradikalen Föderalismus, in dem nämlich gerade die Bezuschussung für Studienkredite und die Bezuschussung für Kindertagesstätten auf die Einzelstaatsebene verlagert worden sind. Die Einzelstaaten, die aber alle Schuldenbremsen in die Verfassung geschrieben haben, was bedeutet, dass sie sozusagen in Steuerkonkurrenz geraten und dass die ärmeren Staaten letzten Endes sozusagen gezwungen sind, Sozialabbaumaßnahmen zu machen in der Bezuschussung von Reproduktionseinrichtungen und damit haben wir sozusagen ein Riesenprogramm, das das Ziel verfolgt, den Wohlfahrtsstaat, die Rechte nennt das das Starving of the Beast, den Wohlfahrtsstaat zu erdrosseln. Jetzt ist die Frage sozusagen, die Eliten, gerade auch hier in Europa, bekommt man den Eindruck, als ob Trump von sozusagen den Eliten abgelehnt wird und auch hier wird ja sozusagen mit Trump sehr viel Politik betrieben. Tatsache ist, dass in den USA das anders ist, also es gibt die Fraktionen, die Stephen angesprochen hat, aber der Chef, der Präsident der Handelskammer der USA, dem großen Lobbyverband in den USA, hat sich in seiner Jahresansprache vor zwei Wochen mit großer Zufriedenheit über drei Aspekte geäußert. Erstens die Deregulierung, gerade im Umweltbereich, also die Eröffnung von Umweltschutzzonen für private Kapitalakkumulation, aber auch des Finanzsektors über die Steuersenkung, aber auch über die Infrastrukturinvestitionen und das ist interessant, dass sozusagen Trump diese Idee, dass er in die Infrastruktur investieren will, nicht aufgegeben hat. Nun muss man sich aber da die Details angucken, weil wir denken bei Infrastrukturinvestitionen eigentlich an öffentliche Ausgaben, Konjunkturprogramme in sozusagen Schulen, Krankenhäuser und Straßen und so weiter und so fort, U-Bahn-Systeme. Fakt ist aber, wenn man sich, also um das noch zu unterstreichen, die American Society of Civil Engineers, also der Ingenieursdachverband, hat im März 2017 die Position vertreten, dass in den USA Investitionen zur Zukunftsfestmachung der Infrastruktur in der Summe von 4,6 Billionen US-Dollar nötig sein. Trump hat dafür tatsächlich ein Programm, an dem er bis heute festhält, einen 1 Billionen Infrastrukturinvestitionsplan vorgeschlagen. Wenn man sich den aber genau anguckt, ist es eigentlich ein öffentliches, private Partnerschaftssystem, das die Privatisierung der Infrastruktur vorsieht. Der Plan wurde entworfen von seinem Vizepräsidenten Mike Pence, der das in Indiana vorgelebt hat. In Indiana wurden nämlich die ganzen Autobahnen privatisiert und mit einer, also das ist eine unglaubliche Skandalgeschichte, die man nachlesen sollte und das ist sozusagen die Grundlage für diesen Infrastrukturplan der USA. Einen weiteren Moment, der für die internationale Politik relevant ist, weil er dann eben auch die Reaktionen der hiesigen Eliten betrifft, ist, dass hier das häufig so dargestellt wird, als ob die USA unter Trump zu einem Protektionismus übergegangen seien. Also den Isolationismus, dass das nicht mehr Teil der USA-Politik unter Trump ist, das glaube ich haben die meisten gemerkt, aber sozusagen es gibt den Glauben, dass Trump ein Protektionist sei und die USA abschotten wolle vor der Globalisierung. Nun ist es so, dass im März 2017 der Handelsbericht der Trump-Administration rauskam, in dem die Position vertreten wird, dass das Ziel der Handelspolitik sein müsste, unfaire Handelsbarrieren abzubrechen weltweit und die US-Exporte zu steigern und mit der besonderen Betonung vor allem der intellektuellen Eigentumsrechte. Das betrifft natürlich die globalen Giganten, die natürliche Monopole sind, Amazon, Google und so weiter, die sich in ihrer Expansion behindert sehen. Und was eigentlich die USA machen unter Trump, in meinen Augen ist ein Neoreganismus. Also sie drohen im Prinzip, sie verfolgen einem Handelsbilateralismus, sie bieten sozusagen den einzelnen Ländern bilaterale Handelsverträge an, auch Deutschland. Das hat ja hier für viel Aufsehen gesorgt, dass Trump nicht wusste, dass Deutschland solche Handelsbeziehungen nicht bilateral machen kann, sondern nur über die Europäische Union. Aber sozusagen, es ist das Ziel, mit dem US-Binnenmarkt bessere Konditionen, Handelsbeziehungen insbesondere bei Eigentumsrechten für sich zu erwirken. Das haben die USA unter Reagan schon gemacht, gegen Japan insbesondere, um Japan da zu zwingen, Handelsbarrieren einseitig abzubauen. Und wenn man sich dann anguckt, inwiefern gerade in der Euro-Krise Deutschlands Abhängigkeit sich verschoben hat zu den USA, der deutsche Handelsüberschuss gegenüber den USA hat sich seit Beginn der letzten Krise, seit 2007, das sind die besten Zahlen natürlich, weil man das Vorkrisenniveau nehmen muss, hat sich um 43 Prozent bis zu diesem Jahr gesteigert, im letzten Quartal. Und der chinesische Handelsüberschuss hat sich um 46 Prozent im selben Zeitraum gesteigert. Das heißt, die USA nutzen hier die gewachsene Abhängigkeit. Man ist so geneigt zu sagen, dass der Handelsüberschuss der USA eine Schwäche der USA sei. Aber wenn man sich überlegt, dass der US-Binnenmarkt eben so groß ist und die Exportabhängigkeit der anderen Staaten so stark gewachsen ist, ist es durchaus auch eine Stärke, mit dem sozusagen die USA sich bessere Konditionen im Freihandel sichern können. Das heißt also, es ist eine Art von Neo-Reaganismus und die Betonung, wir haben bei dem Davoser Weltwirtschaftsforum 2016 hat Xi Jinping ja eine große Multilateralismus- Rede gehalten, 2018 jetzt eben Merkel und Macron und das ist in meinen Augen, muss man einfach als rivalisierende Gegenstrategie gegen diesen Versuch der USA, sich verbesserte Handelsbeziehungen zu sichern, interpretieren. Und tatsächlich, wenn man die US-Handelskammer wieder nimmt, in einem Papier zur Bewertung nach einem Jahr der Handelspolitik von Donald Trump wird davon gesprochen, dass man es wertschätzt, dass er die Exporte ausweiten will, dass er den Zugang zu ausländischen Märkten vertiefen will und dass er den Handel erweitern will und man spricht sogar von der Begeisterung über Trumps Handelspolitik. Und tatsächlich, diese Begeisterung teilt das Kapital insgesamt. Der Dow Jones ist auf dem höchsten Stand gestern gewesen, seit also in historischer Zeit auf 26.392 Punkten. Der Geschäftsklimaindex ist auf dem Rekordstand im Dezember 2017 gewesen von 59,7 Prozent positive Investitionsaussichten und auch die aggregierten Konzernprofite 2017 wurden um 5,8 Prozent seit Trumps Amtsantritt gesteigert. Das heißt also, die USA, sozusagen das Kapital in den USA hat nicht nur die politische Macht übernommen, sondern ist auch ziemlich happy mit dem, was seitdem passiert ist. Ebenso ist es in der Außenpolitik, dass sozusagen Trump in dieser Richtung die Kontinuität, also vor allem in der Kontinuität der bisherigen Regierung steht, in der Konfrontation mit China aber rigoroser und konsequenter vorgeht. Also, wir erinnern daran, dass Bush schon 2006 eine kleine NATO gegen China gegründet hatte mit dem Bündnis mit Japan, Australien und Indien und dass Obama und Hillary Clinton 2011, 2012 nach der austeritätspolitischen Wende einen Schwenk nach Asien vollzogen haben und im Prinzip systematisch versucht haben, China einzukreisen, also vor allem durch bilateralen Militarismus, also Militärbündnisse von Darwin in Nordaustralien über Guam, Vietnam, Singapur bis Okinawa, der Militärbasis in Japan und Trump hat bisher diese Indien- und Japan-Partnerschaften erneuert und auch der Nordkorea-Konflikt muss in diesem Kontext als die Möglichkeit gesehen werden, der USA sich eben im südchinesischen Meer als globale Ordnungsmacht ins Spiel zu bringen. Alles mit der Rede davon, dass man als Gegengewicht zu Chinas Aufstieg dort auftreten müsste. Und tatsächlich ist die Konzentration auch niedergelegt, also die Konzentration auf China in der neuen nationalen Sicherheitsstrategie, die vor einer Woche von James Mattis, dem Verteidigungsminister, herausgegeben worden ist. Dort findet man sich die Formulierung, dass die USA heute eine neue geostrategische Situation vorfinden, nämlich, dass es nicht mehr der Krieg gegen den Terrorismus sei, sondern die Großmacht-Rivalitäten, die der primäre Fokus der US-nationalen Sicherheitsstrategie seien. Und damit sind gemeint natürlich Russland, aber vor allem China. Und China wird in diesem Papier vorgeworfen, es ist ein Elfseitenpapier, dass China eine indopazifische regionale Hegemonie anstrebe, die USA aus der Region vertreiben wolle und eine globale Vormachtstellung erreichen wolle und dies gelte es zu verhindern. Mattis hat in einem Interview zu diesem Sicherheitspapier gesagt, if you challenge us, it will be your longest and worst day. Und wenn man an worst day denkt, dann ist es klar, dass hiermit auch durchaus mit einem Atomkrieg gedroht wird, eben wenigstens als Drohkulisse. Gleichzeitig wird eben in demgleichen Ausmaß diese, Stephen hat es gesagt, Full Spectrum Dominance, also die Militärausgaben, die USA, haben sie unter Trump als eines von drei Programmen, also insgesamt gibt es nur drei Programme, in denen mehr Geld im Haushalt fließt. Das ist das Heimatschutzministerium, das ist die Veteranenversorgung und es ist eben die Aufrüstung. In den USA wird es 54 Milliarden US-Dollar, sollen noch auf den bisherigen Haushalt aufgesattelt werden und damit hätten die USA dreimal so viele Rüstungsausgaben wie China und zehnmal so viele wie Russland. Ganz zum Schluss nur noch zu den globalen Auswirkungen davon. Was wir erleben ist, dass wir es mit einem globalen Kapitalsteuersenkungskrieg, so wie es Forbes Magazine bezeichnet hat, die Formulierung ist nicht von mir und die Financial Times hat in einer Studie berechnet, dass von 35 OECD-Ländern alleine 2017 acht Länder ihre Unternehmenssteuern gesenkt haben und ich hatte bereits erwähnt, dass Merkel, was Merkel in Davos angekündigt hat, dass das für Deutschland und Frankreich jetzt auch gelten soll und Kempf, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, hat im Handelsblatt verkündet, dass die neue Bundesregierung sich diesem verschärften Wettbewerb schnellstmöglich zu stellen habe und entsprechend ebenfalls die Unternehmenssteuern senken müsse. Also der Druck von Kapitalseite ist auf jeden Fall da. Gleichzeitig reagiert die Welt auf die Aufrüstung in den USA. Wir finden ein globales Wettrüsten. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut hat diese Zahlen berechnet, wie die Rüstungsausgaben seit 2007 gestiegen sind und wir wissen ja auch hier, dass die Bundesregierung im Januar 2016 eine annähernde Verdopplung der Rüstungsausgaben bis 2024 angekündigt hat. Und also sozusagen wir haben es mit einem globalen Wettrüsten zu tun und was diese Waffen ausrichten, gerade wenn sie exportiert werden, sehen wir jetzt in Nordsyrien. Und das Interessante ist, dass Donahue, also der Handelskammerpräsident, gesagt hat, es gäbe zwei Konfliktpunkte mit der Trump-Administration. Das eine sei, falls man versuchen sollte aus NAFTA auszutreten. Es gibt diese Kräfte ja noch in der Trump-Administration, Robert Lighthizer, der Handelsbeauftragte, die das präferieren. Sozusagen da würden sie einen Riegel vorschieben, aber eine Neuverhandlung nicht. Und das andere ist die Einwanderung. Das bringt mich jetzt zum Schluss, dass ich glaube, dass was wir hier sehen können, ist eventuell sozusagen ein Zukunftsszenario, wie der Umgang mit der radikalen Rechten im Neoliberalismus vonstatten gehen kann. Also in Österreich haben wir es ja gesehen mit der FPÖ und ÖVP-Regierung, dass dieses interessante Bündnis zustande gekommen ist, dass klar ist, es wird kein Referendum über die EU geben. Die FPÖ darf nichts von ihrer Anti-EU-Position umsetzen in der Regierung. Dafür bekommen sie das Innenministerium, können die Islamisten und die Linken und wen sie alle sonst noch hassen irgendwie verfolgen. Und sozusagen, sie können halt gerade mit der muslimischen Einwanderung machen, was sie wollen. Und vielleicht sind die USA ähnlich zu sehen, dass sozusagen das Kapital überall da den Riegel vorschiebt, bis auf die Einwanderung. Da darf die Rechte sich dann eben austoben. Auch mit den Sicherheitsgesetzen. Und Stephen hat ja mit der Securitization am Ende auch gesagt, welche Bedeutung diese Versicherheitlichung spielen kann, um dieses System, das nicht hegemonial sein kann, mit den Auswirkungen, die es auf die arbeitende Bevölkerung haben wird, sozusagen um dieses abzusichern. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus